Allerliebsten Zuschauer, schön, dass ihr am Start seid. Wir gucken uns jetzt das Video von Desi an. Die Macht der Vokeness. Aktivismus oder Strategie? Schreibt rein. Seid ihr Vogue oder nicht? Das, ob ihr richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Am 1. Juni tauchen alle möglichen Firmen ihre Logos in Regenbogenflaggen, um zu zeigen, dass sie die LGBTQ Plus Gemeinschaft unterstützen und sich für Vielfalt und Inklusion einsetzen. Was ja an sich eine gute Sache ist. Nur sobald am 1. Juli dann wieder jegliche Regenbogenflagge verschwindet und die Taten mancher Unternehmen eher queerfeindlich zu sein scheinen, oder wenn She-In sich mit Influencern schmückt, die für Bodypositivity und Diversity stehen, um ihrem Unternehmen genau dieses Image zu verpassen, habe ich mich gefragt, betreiben diese Firmen eine Art Wokewashing? Geht es ihnen wirklich darum, gesellschaftliche Ungerechtigkeiten zu bekämpfen und die Welt eine... Ob, wie es nicht. Hat nicht, ich weiß gar nicht, hat dazu schon Parabere da was gesagt? Also, Roma, guck mal, das ist so eine scheinheilige Aktion. Die machen das bloß zum Pride Month, weil der Pride Month dafür halt genutzt wird, so, ne? Und wenn der Pride Month vorbei ist, dann wird das schnell alles rausgenommen, dann läuft alles so weiter, wie es davor war. Und dann werden auch keine Kampagnen da in der Richtung großartig gemacht. Also zumindest jetzt hier, wenn es um LGBTQ geht. So, fertig, aus. Ist halt einfach nur auch so Greenwashing vom... Einfach nur, um so zu zeigen, guck mal, wie tolerant und toll wir sind. Aber eigentlich juckt die das gar nicht. Kann ich mir gut vorstellen. Oder werden hier gerade diverse Bewegungen und politische Einstellungen genutzt, um am Ende das zu machen, was wohl den meisten Unternehmen am wichtigsten ist. Ist das nicht offensichtlich? Ich denke auch, ja. Nämlich Geld. Nein, nein, nein. Ich glaube nicht, dass es bei den Firmen um Geld geht. Oh Gott, des Willen. Also jetzt, es wird... Jetzt macht sie aber einen Fass auf, ne? Also so ähnlich, wie wir es zum Beispiel in der Modeindustrie in Form von Greenwashing kennen. Also wenn Fast Fashion Unternehmen auf einmal Themen wie Umweltschutz oder Nachhaltigkeit sich groß auf die Flagge draufschreiben und ihre Etiketten grün machen und Sustainable draufklatschen und Werbung machen, die sie dann als planetenrettende Company darstellen und sie aber in Wirklichkeit, statt den Planeten zu retten, eher sowas auslösen. Aber Greenwashing reicht halt nicht mehr aus, denn wir als Verbraucher sind hoffentlich besser informiert als früher oder besser gesagt, wir haben gelernt, die grünen Sustainable Etiketten nicht mehr für bare Münze zu nehmen. Und Wokewashing greift eben nicht die Umweltfragen, sondern die sozial-gesellschaftlichen Fragen auf. Ob in Filmen, Werbung oder Serien. Die Frage wird immer lauter, soziales Engagement oder reine Strategie? Also ich bin fest und felsenfest der Überzeugung, dass wir hier von einem extrem sozialen Engagement reden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Firmen Geld dahinter sehen, hinter diesen Vogue-Dings. Also da weiß ich auch nicht, wie ihr dazu steht, aber ich glaube, es geht nicht um Geld. Früher haben sich Marken aus Politik und sozialen Fragen lieber herausgehalten, aus der Sorge, dass sie einen Teil ihrer möglichen Kunden verlieren. Leute, genauer gesagt, waren Werbungen alles, nur nicht politisch korrekt. Eine Frau hat zwei Lebensfragen. Was soll ich anziehen und was soll ich kochen? Es geht noch weißer. Das neue Blanco 73. Hinein mit Blanco in die Maschine. Aua! Mit Blanco 73 wird alles herrlich weiß. Hika, was ist das denn? Neu. Alter, was ist denn das hier eine Werbung? Bro, holy shit. Also ich fand, die erste Werbung, die kennt man ja so, aber das mit Blanco ist mehr neu. What the fuck? Magifix für China-Panne. Hey, warum was? Neu. Magifix für China-Panne. Warum ist hier Alexi Bexi? Aus nichts kommt Alexi Bexi hier. Ja, was ist das denn? Alter. Das ist ja crazy. Weiter fortschreitende Aufklärung führt natürlich dazu, dass Awareness geschaffen wird, dass sowas natürlich überhaupt nicht klar geht. Und wo sich Marken früher kaum getraut haben, sich politisch zu positionieren, kann es heute sogar das größere Risiko sein, keine Partei zu ergreifen. Marken können es sich in manchen Fällen sogar nicht mehr leisten, neutral zu sein, denn Neutralität wird in manchen Fällen sogar als Mitschuld gewertet. 2020 heißt es laut einer Studie von Edelmann, kaufen oder boykottieren 64 Prozent der Verbraucher auf der ganzen Welt eine Marke allein aufgrund ihrer Haltung zu einem sozialen oder politischen Thema. Das zeigt auch eine Untersuchung des Meinungsforschungsinstituts YouGov, die besagt, dass zwei Drittel der deutschen Konsumenten der Ansicht sind, dass Marken zu gesellschaftlichen Themen Stellung beziehen sollten. Kein Wunder also, dass immer mehr Unternehmen genau das tun. Zudem zeigte eine bestimmte Kampagne, dass Haltung zeigen sich unternehmerisch lohnen kann. Um zu verstehen, warum so viele Unternehmen heutzutage politische Haltung zeigen wollen, müssen wir erst mal ein paar Jahre zurückgehen und uns die Mutter aller Woken Werbekampagnen anschauen. Die Kampagne, die Brands und Marketingagenturen auf der ganzen Welt gezeigt hat, sozial ist super. Die Rede ist von Nikes Dream Crazy Kampagne zusammen mit US-Footballspieler Colin Kaepernick. Der Footballspieler wurde zum Gesicht der Nike Kampagne, nachdem er sich während der Nationalhymne als Zeichen hingekniet hat, um auf soziale Ungerechtigkeiten und rassische Polizei aufmerksam zu machen. Colin Kaepernick refused to stand during the National Anthem. Ja, das habe ich sogar mitbekommen. 2019. Alles auch schon vier Jahre her wieder. Meine Güte. Taking a knee to protest police brutality. Und das fanden Leute teilweise so schlimm, dass sie ihre Nike-Schuhe verbrannt haben. Several people posting videos burning Nike-Schuhe. Nike is running straight into a political controversy. People are so angry, they burning their own shoes. Das sind aber Menschen, die scheißen halt... So, jetzt ist der Schuh kaputt. Und jetzt... Jetzt habt ihr das Nike aber ganz schön gezeigt. Meine Güte. Dass ihr gegen Toleranz seid. Das ist voll cool. Is Nike taking a risk? I think they're taking a stand. And I'm never buying another Nike-Product again. Nike stock today dropping 3%. Nike ist jedoch trotz des Backlashs nicht von dieser Position abgewichen. Und für viele war das ein Zeichen für soziale Gerechtigkeit und für echt Einsatz. Ein Zeichen, wodurch die Stimmen der Gegner immer mehr verstummten und der Zuspruch immer lauter wurde. Nike hat es geschafft. Sie haben ein Zeichen für Gerechtigkeit gesetzt und das Zeichen war ein Swoosh. Aber das war nicht alles. Denn genauso wie ihr Swoosh raste auch ihr Aktienkurs steil bergauf, wuchs um 5% und erreichte ein Rekordhoch an der Börse. Nike stock reached an all time high last Friday. I'm gonna buy more Nikes now. Nike is on the right side of history. So don't ask if your dreams are crazy. Ask if they're crazy enough. Jetzt ist natürlich die Frage, wo wird das alles hergestellt? Unter welchen Bedingungen? Wie ist die Bezahlung? Und wer macht das eigentlich? Ich denke, dazu werden wir jetzt gleich kommen. Das war der Moment, als andere Marken das Licht am Himmel sehen konnten. Wer mutig genug war, sozial-gesellschaftliche Ziele in ihrem Marketing einzubauen, konnte mit einem großen Erfolg rechnen. Und kein Wunder, es ist wirklich schwer, sich das anzuschauen und keine Gänsehaut zu bekommen. Ich habe sogar Pipi in den Augen bekommen, weil sowas kriegt einen halt. Das löst einfach solche Emotionen in mir aus, wo ich direkt komplett hinter der Marke stehen möchte. Aber genau das ist halt auch die Krux an der Sache. Bevor wir uns jetzt anschauen, wie Unternehmen uns dahingehend manipulieren, muss ich euch von dem Blink erzählen, den ich neulich angehört habe. Der passt nämlich wie die Faust aus dem Auge dazu. Nicht böse gemeint. Checkt das gern ab, ihr Video, auch mit der Werbung. Und checkt die Werbung ab. Blinkist, ich bin gar kein Buchwurm. Diese Marketing- Aber ich habe gehört, das ist eigentlich ganz gut, so Blinkist. ... Strategie von Nike und Co. so gut bei uns funktioniert. Also, ich gucke diesen Werbespot an. Gänsehaut, Pipi in den Augen. Und genau so werden wir nämlich geködert. Mit unseren Emotionen und Werten. Und somit mit unserer Persönlichkeit. Denn bei Marken geht es nicht unbedingt darum, zum Beispiel den besten Sneaker zu kaufen. Sondern den Sneaker mit der Marke, mit der du dich identifizierst. Oder die zu dem passt, was du nach außen sein willst. When I make choices about... For real jetzt? Ich muss auch sagen, ich hole mir fast nur Nike-Schuhe. Schuhe fast nur Nike. Ich hatte letztens... Äh, äh... Ja, war so Winterschuhe, aber das war nicht für Nike. Aber ansonsten habe ich nur Nike-Schuhe. Weil ich weiß, dass ich bei der Schuhgröße 44... ...ne perfekte Schuhgröße habe. Ja, also da passe ich direkt rein. Bei Puma müsste ich mir jetzt die Schuhgröße 41 oder 42 oder so geben. Weil die Schuhe so extrem groß ausfallen. Und die so extrem breit sind. Aber bei Nike, die passen mir halt einfach perfekt. Und ich finde die auch. Sie sehen ganz schick aus. Also ich bin auch so ein Nike-Typ, muss ich ehrlich sagen. Ich habe keine Adidas. Außer meine Hallenschuhe. When I put that shirt on, when I put those shoes on, those jeans that have... Someone is gonna form an impression about what I'm about. Wait, wait, wait. Und meine Hausschuhe. Auch Adidas tatsächlich. Zum Beispiel wollte ich unbedingt eine Zeit lang nur Sachen von Adidas statt Nike kaufen. Einfach nur aus den Gründen, weil a. Ich eher ein deutsches Unternehmen statt ein amerikanisches unterstützen wollte. Und b. Weil Lisa von Blackpink oft mit Adidas kooperiert. Und ich irgendwie ihren Style so cool finde. Und deswegen so, wie sie aussehen will. Das heißt, ich habe bewusst dann nur Sneaker von Adidas angeschaut. Weil ich unbedingt was von Adidas statt Nike tragen wollte. Nicht wegen den Sneakern. Sondern anhand von dem, was die jeweilige Marke für mich widerspiegelt. Kurzer Randnote. Ich habe in dem Fall mich dann doch irgendwann für den Sneaker entschieden. Und dann wurde es ein Nike-Sneaker. Jetzt stellt euch aber vor... Wusstet ihr eigentlich... Warte, also ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher. Aber wir waren diesen Sommer in Herzogenaurach. Das ist übrigens der offizielle Standort von Adidas, soweit ich das weiß. Also so der große Adidas-Standort. Und da ist auch Puma. Das haben wir so gesehen. Und dann habe ich mal gegoogelt. Wem gehört in Puma? Und Puma gehört dem Bruder von diesen... Ich glaube Adolf Dassler heißt der oder so. Adidas. Gehört dem Bruder, glaube ich, davon. Also Adolf Dassler gehört entweder Adidas... Doch Adidas müsste ihm gehören. Und dem Bruder dann Puma. Soweit ich das weiß. Also auf jeden Fall spannend gewesen. Also das ist alles... Alles gleich. Das weiß doch jeder. Das weiß... Ja, sorry. Ja. Ey. Ist okay. Ich werde nie wieder hier irgendwas erklären, wenn es ja eh jeder weiß. Ja, ist allgemeinwissen. Ja, tschau. Aber es geht um viel mehr als nur Deutschland versus die USA oder wie ein K-Pop-Star aussehen. Sondern es geht dann um moralische Werte oder politische Haltungen. Ich wollte auch nett sein, ja. Das widerspiegeln, wofür ich stehe. Dass du dich für das Produkt entscheidest oder eben auch nicht. Weil du hinter der Haltung stehst oder eben auch nicht. Weil du damit ein Zeichen setzen willst, dich damit identifizierst. Und die Marke dann auf einmal für so viel mehr steht als nur für eine amerikanische Sportschuhmarke. Den Nike-Schuh damals zu tragen, hatte dadurch eine politische Haltung bekommen. Und so sieht man auf einmal immer mehr große Brands, die alle für irgendetwas einstehen wollen. Ich worryte aber, dass Leute ein bisschen zu überzeugt wurden von Kooperationen, die plötzlich politische Stancen haben. Das ist, was ich worryte. Warum stand da jetzt der Kameramann hinter dem Moderator? Macht das nicht irgendwie wenig Sinn? Pepsi zum Beispiel damals zeigen, wie Kendall Jenner einfach mal eben Rassismus und Polizei mit dem Öffnen einer Pepsi-Dose beendet hat. We are the movement, this is the rage like. Ey, es macht so gar keinen Sinn. Ich weiß nicht mal den Sinn. Also wirklich, ich weiß nicht mal den Grund, warum man überhaupt darauf kommt, dass das irgendwie einen Zusammenhang bilden könnte. Oder auch bei Burger King, die haben nämlich extra passend zum Mental Health Awareness Month passend ein Menü rausgebracht. Mit ungefähr so hilfreichen Sätzen wie bei einem Kathi Hummels Retreat, nämlich mit Sätzen wie No one is happy all the time and that's okay. Cool, danke Digga. Dazu nutzt Burger King ihre Mental Health Kampagne, um noch ganz entspannt nebenbei die McDonald's Happy Meals subtil zu dissen. Sehr stilvoll. So klar wie Woke-Washing in diesen Fällen erkennbar ist, so leicht ist es jedoch nicht immer. Denn die Grenze zwischen ehrlichem Aktivismus und der Instrumentalisierung von Woken Ideen sind oft nicht so leicht zu erkennen. Und gerade bei Filmen ist das oft nicht so leicht einzuschätzen. Woke, seine Filme und Serien, ja. Denn macht man es richtig, können wirklich inspirierende und tolle Werke entstehen. Doch leider merkt man bei Filmen und Serien immer öfter, dass der Anreiz, eine Geschichte möglichst Vogue zu machen, den eigentlichen Kern der Geschichte verwässert. Und die Fiction-Abteilung bei Netflix, die ist nämlich völlig irre. Die ist so völlig deep down in diesem Woke- und PC-Gaga so. Und Netflix meinte so, ey, wir würden das gerne machen, wir müssten nur so ein paar Sachen irgendwie ändern. Es wäre zum Beispiel sehr, sehr wichtig, dass ein paar mehr von den Kriminellen irgendwie, also die in dem Buch, in dem Film vorkommen, dass ein paar mehr davon Deutsche wären. Die wollten Neukölln politisch korrekt machen. Also die wollten so einfach so meine Jugend irgendwie so machen, dass es so in ihren politischen Film so reinpasst. Und das denke ich mir nicht aus, Tommy. Netflix meinte, ey, wäre es nicht geil, wenn diese da im Park am Anfang, wenn es nicht so arabische Jungs wären, sondern wenn es so eine deutsche, lesbische Mädchengang wäre? Nur damit ihr mich nicht falsch versteht, ich glaube, der entscheidende Unterschied ist, statt Remakes, Ereignisse oder alte Märchen umzuändern, damit sie möglichst Vogue sind, warum nicht lieber neue Geschichten und Filme kreieren? Warum remaket man zum Beispiel sonst einen Film, der eigentlich männliche Protagonisten hatte, behält das Konzept und alles bei ihr? Und die einzige Änderung, die man macht, ist, dass man die männlichen Protagonisten mit weiblichen austauscht. Lässt sich erstmal vielleicht gut bewerben. Ein Film, in dem starke Frauen im Vordergrund stehen, das ist ja ganz klar feministisch. Aber ist das wirklich so? Weil ich habe fast das Gefühl, dass es schon fast antifeministisch ist. Das ist wieder genau das Gegenteil eigentlich, weißt du? Das ist so dieses, das ist wie bei Männerhass. Also das hast du dir das letzte Mal angeguckt haben. So, das ist nicht dieses, yo, lass es beide auf einer gleichen Ebene sein, sondern dann überwiegt nur noch das andere. So, das tut mir auch nichts gut. Ich daran glaube... Ist doch gut gefloppt, der Film. Ja, ich wäre auch nicht hingegangen. Also ich wäre wahrscheinlich auch nicht zum Original gegangen, aber... Weiß ich nicht. Dass man eine neue... Mach doch von mir aus eine Mischung oder so, oder kreiert was Neues, aber man kennt Ghostbusters halt nicht anders, als das da als... Typen sind, so. Mach doch was Neues. So, dann kennt man auch gar nichts anderes und denkt, yo, das war schon immer so, ist gut. Starke Filmmarke mit Frauen aufbauen könnte und ihnen dann lieber eine gibt, die schon von Männern etabliert wurde. Also ja irgendwie ein feministischer Film, getragen auf den Schultern von Männern. Das ist irgendwie so, als würde man mir nicht zutrauen zu malen und deswegen gibt man mir so ein Malen mit Zahlen oder sowas vorskizziertes, was ich nur noch so ausfüllen muss. Und mir dann zu applaudieren, so als wäre ich so ein kleines Kind, was Aufmerksamkeit und Anerkennung braucht. Dabei gibt es doch gerade so gute Beispiele, wie man es besser machen kann. Ein weiteres beliebtes Mittel, um als Brand politischer Haltung, Politico-Correctness oder Bewegungen zu zeigen, ist die Auswahl durch den richtigen Influencer. Und apropos Influencer, Leute, wenn ihr kein Internet-Tea mehr verpassen wollt, dann hört unbedingt in meinen Podcast Nieren und Bubble-Tea rein, denn jede Woche tauchen Tom und ich in die verschiedenen Internet-Bubbles für euch ein, damit ihr nichts mehr verpasst. Deswegen checkt es unbedingt aus auf Spotify und auf Apple Podcasts. Mach ich instant! Jeder Influencer hat ja gewisse Attribute, für die sie stehen. Das können zum Beispiel oberflächliche Attribute sein, wie zum Beispiel Sport, Beauty oder Luxus oder auch tiefer... Alter! Mein lieber Herr Gesangstein! ...politische Einstellung oder Gender-Identität. Und Marken, die ihre eigene Brand stärken wollen, nutzen genau das, was früher noch oberflächlich und direkter war. War ich auch mal... Ja, ich hab mich auch mal vor einem Jahr... War vor einem Jahr... War ich auch im Fitnessstudio noch angemeldet. Hab ich mich sehr schlecht gefühlt. Weißt du, ich mach dort so ein bisschen meinen Sport, weißt du, und auf einmal kommt so eine Ukrainerin rein. Also die konnte auch kein Deutsch, die hat dann auch telefoniert, deswegen wusste ich auch, ja okay, aus der Ukrainerin, ne? Kommt rein! Ich denke mir, okay, ich denke, da ist noch nichts dabei. Auf einmal nimmt die so übel krasse Handeln. Also so, ich hab 15 Kilo genommen und sie hat 12,5 Kilo genommen. Und ich dachte mir, so 12,5 Kilo hatte ich vor kurzem auch noch genommen. Und sie einfach 12,5 Kilo... Da dachte ich mir, what the fuck? Dann zieht die so ihr Trainingsdings aus, also diesen Trainingsanzug aus. Und auf einmal denke ich mir, Alter, ist die Bodybuilderin oder so, ohne Witz, übel gestört gewesen. Ich dachte mir, okay, okay, ich muss dringend los, das verletzt mein gesamtes Selbstbewusstsein. Junge, ich hab mich so schlecht gefühlt, wie wenig trainiert ich bin im Gegensatz zu dieser Frau, die hat komplett durchgezogen. War zum Beispiel, Sportmarken suchen Sportinfluencer, Beautyprodukte suchen Beautyinfluencer, geht jetzt einen Schritt tiefer. Denn jetzt geht es darum, die Werte der eigenen Marken widerspiegeln zu lassen, durch Influencer, die nach diesen Werten leben. Was man natürlich auch machen kann, ist einfach als Brand die Werte der Influencer einzukaufen, wenn man als Brand, meiner Meinung nach, keine hat. Es gibt aber noch einen ausschlaggebenden Punkt, warum es sich für Unternehmen... Wenn ich die in irgendwas Positives sage, dann weißt du eigentlich in den meisten Fällen, dass es einfach nur Greenwashing ist. ... sehr lohnen kann, möglichst boke Ziele zu verfolgen. Eine Begründung dafür könnte der Corporate Equality Index sein, kurz CEI. Der Corporate Equality Index ist eine jährliche Bewertung, die von der Human Rights Campaign Foundation durchgeführt wird, um die Bemühungen von Unternehmen im Hinblick auf die LGBTQ Plus Rechte und die Förderung von Vielfalt und Inklusion zu bewerten. Und dieser Index kann für Unternehmen von großer Bedeutung sein, da sie sowohl intern als auch extern positive Auswirkungen haben kann. Aber warum ist ein hoher Wert in diesem Index so wichtig für Unternehmen? Ein hoher CEI-Wert kann für bestimmte Investoren ein Unternehmen ansprechender machen. Ein hoher CEI-Score kann den Investoren beobachten, dass die Firma ein relativ sicherer Beton ist. Wenn du nicht mit der HRC-Guidelein und ein hoher CEI-Score bekommst, dann Investoren, die Trillionen Dollar kontrollieren, wie BlackRock, werden aktiv in deine Firma investieren. Daher stellt sich die Frage, wer es denn wirklich an echtem Aktivismus und einem gesellschaftlichen Wandel interessiert. Das größte Problem mit diesem Score ist, dass du nie die Unterschiede wirst, zwischen einer eigentlich progressiv und inklusiven Firma und einer, der nur einen höheren Score zu bekommen hat, um gut für Investoren zu sehen. Handelt es sich nicht eigentlich um profitorientierte Unternehmen, die auf zynische Weise den Idealismus des Menschen ausnutzt und fortschrittlich orientierte Marketingkampagnen einsetzt? Nein, das kann und will ich mir hier nicht einreden lassen und vorstellen. Das glaube ich dieser Frau nicht, dass die Firmen auf Geld aussehen und dass es gebrainwashed ist, damit die Leute dann ihr Zeug kaufen. Nee, das ist also wirklich, nee. Kunden zu gewinnen und seine Zahlen zu steigern? Und Tatsache, genauso wie beim Greenwashing, hat auch die Wirkungsweise vom Roguewashing ein Ablaufdatum. Während 2020 Haltung zeigen noch beim Konsumenten ein Muss war, zeigt eine aktuelle Studie des Nachrichtensenders CNBC, dass die Verbraucher zunehmend desinteressiert sind an Marken, die sich für gute Zwecke einsetzen. Während im Jahr 2019 noch 70% sich gewünscht haben, dass Marken sich mit politischen und sozialen Themen auseinandersetzen, ist die Zahl dieses Jahr auf 43% gesunken. Und auch die Käufe oder die Befürwortung für Marken auf Grundlage von Überzeugungen ist zurückgegangen. Vielleicht ist es mal wieder an der Zeit, Werbung einfach Werbung sein zu lassen. Oder Schneewittchen auch einfach mal das legendäre Märchen sein zu lassen, ohne daraus eine 2023 Version machen zu müssen. Wir müssen nicht in allem eine politische Haltung oder eine Bewegung reinballern. Und vor allem nicht, wenn die eigentlich wichtigen Bewegungen dann nur als Marketingstrategie oder für einen hohen Score für Investoren ausgenutzt werden. Das war's, okay. Achso, das war's, okay, ja, das war's wirklich. Ja, also gut, vorherziehbares Resultat am Ende des Tages. Trotzdem nochmal interessant zu sehen und, ja, zu wissen auch, dass Nike somit die Ersten waren, die damit begonnen haben. Und auch dahinterstehen, ja, muss man auch sagen, deswegen trage ich Nike. Ja, bei Nike, die machen's einfach richtig, ja. Ähm, nee, pass mal auf. Also, der Link zu dem Video ist in der Beschreibung. Und wenn ihr bis jetzt geschaut habt, was ihr ehrenwert ist, dann schreibt mal bitte dann schreibt mal bitte eine Ja, schreibt mal bitte Just Do It, bitte. Schreibt bitte, wenn ihr bis hierher geschaut habt, ja. Schreibt bitte Just Do It, ja. Damit wir alle auch zeigen können, yo, Nike waren die Ersten, ja. Die haben angefangen mit der Macht der Wokeness. Sehr schlau. Sehr, sehr schlau. Nicht Just Neho, ja. Just Do It, bitte. Ja, damit würde ich sagen, haut rein. Danke fürs Zuschauen und dass du gerne ein Like da. Ihr seid die Allerkoolsten. Lasst auch gerne ein Abo da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und damit auch, ja, ciao, ciao. Ihr seid cool. Ich mag euch. Ciao.